Hey, hey! Don't touch that! It's mine! Everything here is mine! Hast du Spaß gemacht? Komm schon! Peng! Das geht geil! Ach, das Ding ist noch... Oh, was ist das Ding jetzt wieder aktiviert hier? Wow! Oh, hässliches Ding, du hässliches Geh, kaputt! Ich habe nur noch 50% der Kraft, weil die Klo ist noch voll funktional. Ich brauche das Schild überhaupt nicht. Ich habe viele andere Überraschungen. Alles klar, ich habe eigentlich nicht planen, die Pulsadmitter zu nutzen, aber du hast mir keine Wahl. Will ich das Ding kaputt? Sag mal! Wie ist das denn? Verdammt, sogar meine Hände schmerzt ein bisschen von hier. Ich habe nur noch einen 3. Bisschen, und ich werde sicher, dass du die Hände wieder gehst. Ja, ich muss irgendwie das Ding kaputt kriegen. Irgendwie muss das doch kaputt gehen. Hast du vielleicht das Gerüst mal... ...verarbeiten? Ja, ich kann das... Wow! Oh, oh! Ich schon wieder! Oh! Stirb! Oh, Mann! Oh! Oh, stirb! Nein! Oh, oh, ich brauche mal ein bisschen Heilung. Ich, da war Heilung, genau. Ups! Oh! 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 Oh, du... Wie ist halt nervt mit den Viechern und die ganze Zeit. Geh doch mal futsch! Oh! Ja, okay, just go ahead and break my shit! Oh! Nein, jetzt ist das Ding wieder an! Oh! 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 Ach, das kann so gut sein. Sie kann ja hier sein. Doch, sie ist doch auch... Du kannst gar nicht erinnern, was passieren wird, wenn das ganze Ding fällt. Oh, 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 oh. Doch, kann ich. Siehst du doch. Hahaha. Och, nö. Zehntausend Türen. Die ist falsch. Die ist auch falsch. Und die ist natürlich auch falsch. Und nun? Ach, hier. Okay. Lauf, lauf, lauf. Oh. Hallo? Was? Puppen. Puppen. Ah. Immer wenn ich mich umblicke, kommt sowas. Oh, dieses Rauschen. Immer dieses weiße Rauschen. Furchtbar. Hä? Was? Ah. Das ist ein Spiegel. Oh Gott. Warum ist da... Hallo Puppen. Sind sie weg? Ja. Hallo. Ah. Hahaha. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, die Puppen. Ja. Und die haben immer... Sehen aus, ich lieg. Ah. Immer mit Knochen und Blut und Fleisch und allem. Oh, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Also... Gott. Ja, so sehen sie aus, genau. Nein, nein! Oh, wie da Blut. Was? 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 Doch, kann's... Es kann sein, und es wird auch so sein. Du wirst zerstört. Du denkst, du hast dein Auto in der Mitte von unserem Haus verabschiedet und es endet hier? Das ist kein Verwünscht, sie benutzt dich. Du bist nur in ihrer Spiel. Für was benutzt sie mich? Als sie dich mit dir fertig ist, bist du fertig. Sie wird dich aufschrauben, wie alle anderen. Nein. Wird sie nicht. Das wird sie nicht tun. Du bist ein schlechter Mensch. Bam. So. Nein, 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 nicht so wieder. Ah, ich will das Ding kaputt machen. Warte, ich mach's jetzt so. Dann hab ich nicht mehr viel beim letzten Mal. Oh. Das reicht jetzt. Wie viel willst du noch machen von diesen blöden Dingern? In meinen Kopf. Hörst du auf. Oh, jetzt. Jetzt hab ich aber echt genug hier. Genug. Genug. So. Du noch. Komm schon. Ah, geh kaputt. Ja. Ja, ja. Warte, warte. Hallo. Ich wollte sehen, ob sie dich von diesem. Oh, nee. Huh. Ah. Alter, Walter. Nein. Ah. Ah. Ich komme nicht weg. Hör doch auf. Hör doch auf mich zu hauen. Komm ich da ins Auto? Ah. Ja. Grüß. Ohohohohoho. Ja, sie hat mich gerettet. Und jetzt? Grüß. Ah, es fackelt ja bald. Sehr gut. Kannst du mal aufstehen? Hallo. Ich würde gerne aufstehen. Okay. Irgendwie hat kurz die Aufnahme gestoppt, aber ich mach direkt hier weiter. Naja. Äh. 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 Ah, okay. Die haben mich hier abgeholt. Und dann bin ich hier gelandet. Jetzt verstehe ich. Ich habe dich hier. All the way here. Nichts verstehen? Es war ein Aktion. Well, sie kann dir nicht helfen. Du bist zu nahe an die Kory hier. Ich gebe. Nein. Ich gebe nicht auf. Ich schieße deine scheiß Viecher den ganzen Tag ab. Erstmal ab, mich wegzudrücken. Stopp' es. Habe ich dich. Ja, ich habe ihn besiegt. Ich glaube es zumindest. Das war das letzte. Und alles macht. Bang, boom, bam, 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 bam. Habe ich ihn erwischt? Na, da lebt wahrscheinlich noch dieser blöde Doktor Romero. Oh, ho, ho. Well, was weiß ich. Es ist noch operativ. Ich glaube, ich will. Ich glaube nicht. Oh, schade. Emily. Emily, mein Liebe. Sie steht hinter ihm. Zurück. Ich bin sorry für alles, was passiert. Ich bin sorry für alles, was ich hatte. Nein! 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 Jetzt gibt es sie immer mal richtig. Die kann ja noch leben. Aua. Oh! Das hast du fein gemacht, Emily. Ich bin stolz auf dich. Äh. Äh, bitte? Was war mit ihren Augen los? Wir sind gruselig, ist es ja schon. Okay. Hey, Leute. Ich glaube, das war's wohl. Ja, cool. Cool, cool, cool. Hat mir sehr gut gefallen. Für eine Mod war es mal richtig aufwendig. Vor allem der Schluss war ziemlich herb, möchte ich sagen. Also jetzt dieses, äh, dieser Apparat da, diese Kugel war schon cool designt. Und das war bestimmt eine Riesenarbeit. Ähm. Jo. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir genießen noch ein bisschen die Musik. Beziehungsweise lasse ich sie mal ein bisschen länger durchlaufen. Ich weiß, es wurde schon oft gesagt, ich breche so schnell die Outros ab. Deswegen, wenn ihr das nicht mehr sehen wollt, könnt ihr hier abbrechen. Und ansonsten, joa, bis zum nächsten Mini-Projekt. Ich bin der Bruga. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.